I can feel it coming in the end of night Hold on Schnibbel die Stadt von Alodrio und herzlich willkommen zurück zu... Let's play Starcraft 2 Heart of the Swarm, den Multiplayer, mit mir dem Nefkara Entschuldigung der Maxima Welche Karten waren das denn nochmal, die wir total scheiße finden? Ich nehme mal der...da...da...da...da... Verseuchung? Ja, Verseuchung nehme ich raus So, äh, ja, äh, Game of Necuryumar, ich habe jetzt nicht mehr geguckt seit Freitag Ob ihr euch beworben habt, also kann ich dazu... Richtig, Kack, bereitste Ja, kann ich dazu nichts sagen Wenn ihr übrigens nicht mitgehen müsst, seid ihr alle so geparten Die können uns doch auch scheiße finden, dann müssen wir auch nicht gehen Nicht gähnen, aber immer wenn ein Mensch gähnt, jetzt wenn ich die gar nicht kenne Das ist der Empathie-Reflex des Menschen Ja, aber nicht jedem... Man finde ich ja nicht jeden toll Auf jeden Fall nochmal zum Empathie-Teil, äh, wenn ihr nicht gähnen würdet bei Menschen, die ihr theoretisch mögt, dann, äh, habt ihr kein Empathie empfinden und das macht euch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einem Psychopath, dass es so behindert Ach ja, die Karte ist gar nicht vollständig drauf bei mir in der Mitte, das fehlen mir wieder die Bei mir auch nicht Ja, genau War das nicht auch so ne Scheißkarte? Ja Das letzte Woche haben wir ja richtig dick ins Gesicht bekommen Vier Matches, drei Niederlagen insgesamt Gab ja am Dienstag keine Folge Heute starten wir wieder mit normalen Folge rein Wir haben sogar... Wir haben sogar... Also ich hab's schon immer... Oh, ich bin... Schönes, helles, lila Wir sind doppelt Zerg Ja, ich weiß Ich hab das schon am Schleim gesehen Ah, Scouting-Overlords, sag ich Nee, ich belasse es ja nicht bei einem, Groverlord Wir haben ja auch Zerg, äh, Protos war das Ja, ja What the fuck? Da hin, da hin Was hat denn für ne Kaputerie? So, den hab ich gern hier hinten in der Ecke, damit ich sehen kann, ob der mich Rasch... Ah, Fakt Ja, ja Ich hab den hinten rechts, äh, ins Orbit gesetzt Ja, und wir haben, äh, am Samstag ja das nächste... Sonntag... Sonntag das nächste Multiplayer-Projekt gestartet Ah, das ist einfach der... Das funktioniert einfach besser bei uns als die Singleplayer-Sachen, das ist ganz klar Das ist ein Multiplayer-Gedöns-Spielerein Schade eigentlich, manche Singleplayer sind schon echt gut, der Protos kommt zu mir Und dann kann ich euch sagen, wie sie sehen, sehen sie nix Wie sie sehen, sehen sie nichts, also der Zerg hat nichts Der hat wahrscheinlich... Ein Haufen von nichts Der kann gleich Echsen Aber ich setz Pool first, und wenn er dann, äh, keinen Pool gleich setzt, dann, äh, freue ich mich darüber Was hat der Protos denn gemacht? Ich bin verwirrt Was hat der Protos denn gemacht? Was hat der Protos denn gemacht? Ich bin verwirrt Also Echsen sollte der dann jetzt wenigstens Jetzt, 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 jetzt Jetzt, 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 jetzt Jetzt jeder Echsen? Hm? Ich auch Echse angefangen Ach, wir müssen ja beide... Ach, scheiße, mir fällt gerade auf, dass die Map ja nur die eine Safe-Echse hat Ja, das ist ja auch recht spät eingefallen dann Ja, das ist ja eigentlich gar nicht, äh, einer von uns extra... Pool ist schon fertig Pool ist fertig? Bei mir auch Pool ist bei ihm fertig Bei mir auch Hat er Gas angesetzt? Nein Der Protos ist bei mir in die Ecke gegangen Der Protos ist bei mir in die Ecke gegangen Der könnte Zirklinge einfach, massenweise Zirklinge pumpen Der Protos hat Doppel-Gas angesetzt, ne? Nur mal so Ich stell mir Anti-Air gerade Da sind die Zirklinge Ja Ich hab aber deutlich mehr Zirklinge gepumpt, du Arschkopf, äh... Geh doch zurück, du blöde Queer! Wir müssen uns schleimen gleich Oh, der hat aber viel jetzt gepumpt Aufpassen jetzt! Ja We require more Minerals We require more Minerals Not enough energy Not enough energy Okay Okay Ah Das ist ja nicht so, als hätte ich voll gepumpt Ach, das sind deine, ne? Bleib in der Nähe von meinen Krabbelern Bleib in der Nähe von meinen Krabbelern Ich bin blöd Was war das? Das ist der Hydralisumbrot in Lord Shroudon Oh, nicht mehr! Ich brauche auch was hier gerade! Ich bin fake! Wir spielen halt, äh, Kolosse oder sowas bestimmt, ne? Also ich bin bei Mutas dran, ich pumpe jetzt meine 5, 6 Okay, ich habe jetzt Roaches und Hydras kommen gleich Okay, ich habe jetzt Roaches und Hydras kommen gleich Du hast schon die nächste bezogen Muss ich Ja Wieder nur ein Fake Ich werde das nicht aufpassen Wir haben die Zwei anioe Kaffee Ihr habt ihr in k23 Wir haben die Zwei anioe Ihr habt, ihr habt Wir haben die Zwei anioe Oh mein Brrrr Wir haben die Zwei anioe Ich spiele ein bisschen langsam, aber wir sind auch beide als Zerg wieder nicht so mega eingespielt, also verzeiht sie uns bitte. Ich brauche mehr Hydren, Roaches, was auch immer, kommt schon. What the fuck, ihr sollt er runter? Na ja, der will mich hier angreifen. Ah fuck. Die Hitzer. Ah, das sind viele, ne? Der Opfer seine Worker. Oh. Ich habe die Gebäude counterhealed, deswegen hat das so lange hier durchgehalten. Der hat nur Roaches gespielt. Ich bin am überlegen. Nein, er hatte auch Hydras dabei. Okay, aber der hatte mehr Roaches als ich generell irgendwas hatte. Der hatte schon eine hohe Supply. Okay. 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 Ich brauche Larven sofort, Mann. Okay. Sehr schön, das ist eine hohe Zahl an Units, die jetzt kommt. Hinten. Gesehen. Meine Mutter ist Können gegen die Archon, das ist... Ja, ich habe es gesehen. Komm her, Army. Komm her, Army. Komm her, Army. Okay. So, Archon, weggerotzt. Ich habe noch der eine übrig, der ist auch weg. All right. Wir sind in Kampf. Wir sind in Kampf. Mineral viel,ηßen. Deplettetert. Mineral viel, ebenso. Mineral viel, Deplettetert. Mineral viel, Deplettert. Ich habe noch das ganz. Ich habe noch die Hände. Beste die Hände! Wie kostet das denn nach 200? Mut von mir, dass ich auf die Archonten-Geber. Ja. Weil die haben ja sonst keine Anti-Air. Der hat ja aufgehört, äh, Dinger zu morphen. Der hat ja aufgehört, äh, Dinger zu morphen. Willst du scouten gehen? Jo. Ja, die stehen in der Mitte mit nem Pfeilen auch. Oh. Oh. Mineral field. We require more minerals. Wir brauchen mehr Minerals. Bist du am überlegen Brutlots zu machen? Bin dran, aber ich denke mal, ich werde auch vielleicht noch Hydras oder so spielen. Ich weiß es nicht. Irgendwas gegen die Hetzer. Da kommen sie wieder. Den Archonchen zerschnitzelt bekommen. Storms sind auch dabei. Jetzt. Komm. Komm, hier. Hammer. Danke, Maus. Also da habe ich gerade einen Mistklick gemacht, einen harten. Der stormt einfach die ganze Zeit in meine Army rein. Der hat so viele Storms. Aber Protoss gegen Circus ist schon echt scheiße. Fuck. Ja. Ist okay. Protoss hat halt jetzt richtig, richtig gute Einheiten draußen. In Storms tut er uns natürlich richtig weh. Ist ja gegen Bio vor allen Dingen gut. Und wir sind halt nur Bio mit Cirque. Aber sonst haben wir uns ganz gut geschlagen. Oder findest du nicht? Einmal haben die komplett weggepushed bekommen, wo ich dachte, da wäre es schon zu Ende gewesen. Das war auch schon richtig gut. Ich kriege nicht mal mehr das denn. Hammer. Wie lange das war auf das Upgrade? Nee, das war es. Und meine Aufbau ist zerstört. Ja, ja, der Protoss. Diamond und Platine läuft. Bist als zockt schon ganz schön stark. Dafür, dass du immer sagst, oh, du hast jetzt ja lange nicht mehr gespielt. Guck mal, du bist punktmäßig voll gleich mit mir. Du hast sogar mehr Ressourcenpunkte als ich. Ja, jetzt muss eigentlich die gute Rita mich hauen, weil ich habe normalerweise immer mehr Ressourcen. Weil hier dieses Mal nicht. Die Idee mit den Mutters fand ich übrigens super geil. Das war doch das Beste, was wir hätten machen können, finde ich. Ich, äh, äh, Rita mit R, ich mit Ground. Das war eigentlich eine gute Idee. Oder, wie siehst du das? Aber wir gingen Archonten und, äh, jede Menge Hetze, da war das schon schwierig. Den Söck fand ich gar nicht so gefährlich. Ich fand den Protoss ganz schlimm gegen uns. Wir hätten von allem mehr gebraucht. Ich habe aber fast 200 hinterher. Mehr konnte ich nicht pumpen, aber, wie gesagt, ich war nur nah dran. Ich war bei 197 oder so. Aber das ist auch schwierig, deswegen musstest du da so viel Xen. Ich weiß gar nicht, äh, du warst ja wahrscheinlich bei 160 oder so bestimmt. Beim Muttenpumpen ist natürlich echt schwierig. Aber ja, die gute Maxi hat recht, wir hatten trotzdem, äh, mehr Units gebraucht. Ich hatte weniger Hydrinnen gebraucht und mehr Roaches, weil dann hinterher mit den Storms war das schon echt scheiße. Egal, wir verabschieden uns von euch und, äh, bewerbt euch bei Game of Nicoyo mal. Ja, das sagt uns die gute Maxi immer. Mit ein bisschen aufdringlichen Gesicht und so. Und, ja, das war's schon für heute. Und wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich wieder. Ja, ich denke doch schon. Bis morgen, Leute. Tschüssi.